Liebe Freunde der Mikkels und MS Europa, Hanseaten halten zusammen ganz besondere Zeiten wie diesen. Den Hamburger Hafen mit MS Europa anzulaufen, dieses Gefühl des Nachhausekommens, ist für unsere Crew und Gäste seit je ein Gänsehaltmoment. Seit Albert Berlin das erste Kreuzfahrtschiff auf Reisen schickte, sind wir von Hapag-Leute-Krüsser untrenbar mit Hamburg verbunden. Daher ist es uns auch eine Herzenangelegenheit, den Mikkel unseren Leuchtturm in Hamburg-Hafen zu unterstützen. Kommen Sie an Bord und werden Sie Pater unserer Rätten sehen. Vielen Dank!